Zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag lieber Rolli, zum Geburtstag viel Glück. Der Rolli wird dieses Jahr 40-jährig. Ich bin zwar noch nicht 40 Jahre hier, aber in den fünf Jahren, wo ich hier bin, ist das Wort mein Freund und Helfer. Ohne ihn, was mich ohne ihn. Schaut mal das Palette an, das riesige Palette an, wenn ich das vorhanden müsste. Ja, 40 Jahre. Was habe ich vor 40 Jahren gemacht? Vor 40 Jahren war ich auf der Maledife. Ui, 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 wenn ich mich hier anschaue, da war ich noch, ui, 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 hübsch und schlank. 40 Jahre. Auch Bibel gibt es natürlich seit 40 Jahren oder länger. Das ist eine lauter Bibel von 1904, fast 40-jährig. Und das ist jetzt eine, die dieses Jahr neu ist rausgekommen. Von den Basisbibelübersetzungen, eine Edition für dieses Jahr. Ja, und eben, ich habe von der Malediven gesprochen. In Sri Lanka bin ich gewesen, Sri Lanka und Malediven. Und Sri Lanka hat es Tamile. Natürlich haben wir auch eine tamilische Bibel bei uns am Land. Wir wissen, dass ein der ersten Chargements, die unsere Transpalette transportiert hat, ist diese Bibel, eine Bibel von Taub. Und das letzte Chargement, ist diese Bibel, die Bibel der seconden Bibel, die rausgekommen ist. 40 ist auch eine wichtige Zahl der Bibel. Es ist die Zahl vom Neuanfang und vor Bussen. Zum Beispiel ist Jesus während 40 Tagen durch den Evangelium in die Wüste gegangen. Der wurde vom Teufel in Versuchung geführt. Nach seiner Auferstehung ist er während 40 Tagen seine Jünger erschienen. Bis zur Auffahrt. Und das Volk Israel soll während 400 Jahren in Ägypten gewesen sein und dort Sklavenarbeiten leisten. Bis sie dann endlich ausziehen konnten unter dem Moses. Also da hat sie während 40 Jahren durch die Wüste geführt. Und Moïse ist resté pendant 40 jours auf dem Mont Sinai, als er die 10 Kommandements rechaut hat. Joyeuse Anniversaire! 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 Au revoir!